Wir sind in der nächsten Instanz. Grauhammermine. Auch wieder Solo. Besuchens. Und er ist nur eine Nebenquest tatsächlich. Ist nicht über die Mainstory. Bin mal gespannt, ob der auch so lange dauert wie der letzte Dungeon. Die letzte ging ja wirklich ewig. Also es ist ewig. Eine halbe Stunde ist schon fein. Okay. Wir müssen Glühwünsche sammeln. Oh, noch einer. Äh, naja, der 5. Ach. Pfff. Da vorne ist schon... Ist schon so ein Totenkopf, ist es nicht? Leute, sind diese etwas gefährlerischen... äh, gefährlerischen. Ja. Mein deutsch ist ziemlich gut. Gefährlichen Gegner, die... Oh nein. Ähm. Das war sehr gut. Okay, das... Das sind so... Wahrscheinlich so Affixe. Wie bei... Wo die so Fähigkeiten haben, dass es schwerer macht. Oh mein Gott. Stimmt. Ähm. Gegenstand habe ich schon. Brauche ich nicht einsammeln. Ist das ein... Ops, falscher Knopf. Ach. Meine Güte. So. So. Nochmal. Charakterprofil. Inventor. Wir wollen nur den einen Ring austauschen. Der hier? Jo. Passt. Jetzt sammeln wir mal kurz ein bisschen. Hallo, hallo. Hier bin ich. Dann... Hab ich ganz vergessen. Oh Gott. Wo kommen die denn her? Erstmal die Fernkämpfer. Weil die sind wirklich gefährlich. Ähm. Okay, das war ein bisschen Overkill. Boss? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, so ein Miniboss. Ne. Der ist zu... Der hält zu wenig aus für ein Miniboss. Ähm. So. Das wollte ich nicht. Okay. Uh. Wann kriegt ihr... Also ich sollte auch sofort ausrüsten tatsächlich meiner Meinung nach. Ähm. Besiege... Also hier müssen wir wieder ziemlich viel besiegen. Hallo? Oh. Okay. Nemesh. Okay. Nemesh. Typ. cker war da. Bundesong. Aber... Kann ich nicht organised tun? Oh ja! Ja es ist ja okay. aber so groß ist das ganze hier nicht da vorne ist wieder so ein elite boss oder elite gegner brauchst du es wahrscheinlich nicht gegner habe ich jetzt echt nicht getroffen damit auch weg daraus da gott kam denn der schaden her oh nein oh gott ah ich bin so dämlich bisschen peinlich es trotzdem peinlich ich wollte eigentlich nicht sterben es nervt mich ja aber bogenschützer sind auf alle fälle unglaublich erneu gut machen gut machen gut machen hält auch mehr aus oder ja jetzt hallo da müssen wir mal kurz ist ein boss oder okay das war ich erwarte dass die so schnell platzen okay das ein boss dabei gut jetzt erstmal diese monumente kaputt machen leute befreien momente kaputt machen da war was ach das ist die zusammen aufheben ich glaube hier springen wir jetzt was weg während das gucken wir kurz wir haben hier noch irgendwas ein obelisken haben wir noch denn obelis der letzte bin ich blind hier ist ein aussichtspunkt können wir auch gleich nehmen aber da ist der obelisk oder der auch gott da war noch einfach so ein fitzeschen hat einfach noch überlebt okay da geht's wahrscheinlich muss ich hier rein jumpen brauche nicht einfach runterfallen lassen doch rein jumpen hit das wollte ich nicht unterbrechen das hätte mir die sache einfacher gemacht naja hallo solltet hallo dann nehmen wir die mal kurz wir nicht getroffen werden den äther nämlich gerne hier müssten er sein oder einfach mal alle gefängnisse kaputt einfach aus prinzip hier ist unser zum Okay. Gut, dann. Okay, ich weiß nicht, was das für eine Fähigkeit ist. Ich habe die jetzt... Ich sehe die tatsächlich nicht so oft, diese... Also wahrscheinlich bufft er alle, weil die sehen alle ziemlich gebufft aus. Versuchen wir mal... ...den schnell down zu kriegen. Okay, ja. Schön. Damit habe ich nicht so viele getroffen. Das ist nicht so geil. Okay, das sah doch ganz gut aus. Jetzt nehmen wir noch die Aether. Das sind, glaube ich, kleine Buffs. Hier noch irgendwas zum Kaputtmachen. Okay, aber... ...Gegner gefunden. Tschüss. So, jetzt kommen wir tatsächlich zum Ende. Achso, wir wollen hier... ...ähm... ...noch befreien. Neh mich. Achso. Jetzt kommt wahrscheinlich der Boss. Hallo. Okay. Okay. Okay, davon will ich mich nicht treffen lassen. Gehen wir in die zweite Stufe. Ah, verdammt. Das war nicht gut. Oh nein. Das war nicht gewollt. Okay. Oh Gott. Das sieht böse aus. Aua. Das war nicht... Ah, er hat jetzt so Sensen. Okay. Ich versuche mal wegzulocken von... Ah, die verfolgen mich. Okay. Das wird nicht viel mit weglocken. Nein. Das war unlucky. Schauen wir mal. Okay. Okay. Ah, das war nicht gut. Das war auch nicht gut. Ah. Es ist so ein bisschen... Das ist die Schwierigkeit, glaube ich, an dem Spiel ist... ...die Animation Locks. Also, dass du immer guckst, dass du nicht gerade... ...in einem Animation Lock bist. ...mit irgendwas. Okay. Aua. Genau das meine ich so. Wenn dann irgendeine Attacke kommt, während du in der Riesen Animation Lock bist... ...das ist immer... Okay. ...aufpassen. Okay. Ah, die kann man kaputt machen, die Sensen. Okay. Stand. Na, kacke. Und ich vergesse meine Stands immer. Jetzt komm, geh mal. All in. Das war der Dungeon, tatsächlich. Äh, Grauhammer, irgendwas. Wir sind einmal gestorben. Leider. Wenn ich nicht aufgepasst habe. Und... Ich sag, euch eins treffen lassen. Und war tatsächlich schneller als der andere. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. lungs.